So, beim nächsten Thema geht es um zwei verschiedene Netzwerke. Man sieht hier die IP-Adressen und hier fällt auf, wir haben hier 192.168.0.10.0.11, das ist das Nuller-Netzwerk und hier haben wir 192.168.1.10.1.11. So, jetzt gehe ich mal in den Aktionsmodus, installiere die Eingabe, Aufforderung, Befehlzeile und schaue mal, ob ich diesen Rechner hier erreiche. Also, das heißt, ich brauche, das kann ich so hintun, ein Ping 192.168.1.10. Ich bin also hier im Nuller-Netzwerk, möchte diesen Rechner hier anpingen. Zieladresse nicht erreichbar. Das bedeutet, wir müssen da jetzt anders vorgehen. Und zwar, zwischen zwei verschiedenen Netzwerken brauchen wir einen Vermittlungsrechner, einen Router. Ja, das ist der hier und den lassen wir hier mal mit zwei Anschlüssen und hier, alle Kabel entfernen, okay, müssen wir nochmal so machen. Und den können wir jetzt hier dazwischen schalten, ja, einmal, zweimal. So, den müssen wir allerdings jetzt noch einrichten. Also, das heißt, wir gehen hier drauf und dann machen wir das mal so. Also, im Nuller-Netz geben wir dem den Zugang 0.1. Und hier bei der Weiterleitung, hier haben wir die 1 und auch die 1. So, das ist praktisch dieses Kabel und das ist praktisch dieses Kabel hier. Ja, dann probieren wir das Ganze nochmal. Aktionsmodus. Fall nach oben. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. 1.10. Nee, funktioniert noch nicht. So, woran könnte das denn liegen? Schauen wir uns mal die PCs nochmal an in der Konfiguration. Also, dieser Client, ja, ist richtig konfiguriert. Aber hier haben wir noch ein Feld, nämlich Gateway. Und das, was wir hier vorhin eingestellt haben, mit diesen 192.01, das ist dann praktisch das Gateway. Gateway, ja, IP-Adresse, Gateway 0.1 und 1.1. So, das heißt, ich muss jetzt hier, kann ich aber kopieren, ich muss jetzt hier dieses Gateway einstellen, genauso auch bei dem hier. Und auf der anderen Seite, dann mache ich das ebenfalls, allerdings das ist der 1er. Und hier kann ich das auch machen. 1er. So, jetzt probieren wir es nochmal. Also, hier nochmal drauf gehen. Wir pingen jetzt, wir pingen jetzt, na, lässt sich der nicht mehr verschieben. So, dann kann man da schön mitschauen. Wir pingen jetzt nochmal von diesem Rechner auf diesen Rechner. Ich setze auch die Geschwindigkeit etwas weiter runter. So, und dann starten wir das Ganze. Oh, der schaut also erst hier, was hier in dem Netzwerk zu erreichen ist. Und dann, der Vermittlungsrechner leitet weiter. Und hier wird auch schon der Rechner 1.10 gefunden. Und es ging auch durch. Okay. Okay.